Hallo ihr Lieben, heute mal nicht von der heimischen Terrasse, sondern heute aus einem Park in Spandau, so ein paar leichte Übungen, denkt dran, warm ab, warm ab, das ist sowieso klar. Also, einfach mal die Liegestütze und meine Damen bitte nicht auf die Knie, das ist einfach nur albern. Also, acht, die sieben, die sechs, fünf, vier, die drei, die zwei und der letzte, wir kommen in die Seitenlage, Arm nach oben und halb zurück. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, die zwei, der letzte und wir heben das Bein, was oben ist, schön konzentriert, spannt den Körper an, lächeln, vier, drei, zwei, der letzte. Wir kommen zurück in die Liegestütze, schön breit die Beine nach außen, auf vier, auf drei, auf zwei und der letzte. Jetzt regt mich mal zu euch. Also, Füße miteinander, Tor nach oben, Hand durchgestreckt, auf acht, auf sieben, auf sechs, auf vier, auf vier, die drei. Noch zwei, der letzte, hoch, Fuß durchstrecken, vier, drei, zwei, der letzte, in den Unterarmstütz, schön durchatmet, entspannt euch ein bisschen. Die Bauern eingezogen, die Hüttern angespannt, die vier, auf drei, noch zwei und der letzte, wir kommen in den Vierfüßladen, dann heißt das, linkes Knie unter dem Brustkorb anziehen, auf acht, noch sieben, auf sechs, noch fünf, die vier. Auf drei, auf zwei und der letzte, nochmal zurück in den Unterarmstütz. So ihr Lieben, Prost an, bleibt gesund, denkt dran, stay at home, bleibt zu Hause, schützt eure Familien und vor allen Dingen eure Liebsten. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich, in Seeburg und wäre schön, von euch zu hören. Bleibt gesund, bis dann, ciao.